Hallo? Hallo? Da ging's raus. Du hast einfach nur den falschen Job. Auch wenn du eine interessante Frisur hast, aber du hast eindeutig den falschen Job. So! Oh, auf zu brüllen, du bist schon tot. Den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit. Und dann können wir jetzt das nächste Sturmgewehr reparieren, nämlich... Sturmgewehr. Da. Können wir nicht reparieren. Verdammte Axt. Was haben wir denn sonst so schönes? 10-Milie-Maschinenpistole, abgesehen sich die Schroplente. Ja, was machen wir denn? Heckenschütze im Gewehr? 0,38. Können wir auch mal benutzen. Egal. Kleidung. Ähm... Talent-Kampfrüstung. Die könnten wir jetzt mal reparieren. Und dann geht das wieder nach unten. Muss mal die Waffe wegstecken. Wie bekomme ich den... Jetzt muss ich... Jetzt will ich nochmal nach unten einmal gucken, ob man da irgendwie hier... Da muss doch irgendwo aufgehen hier, verdammt, das blöde Ding. Falls man im Hintergrund so ein Krakehlen hört, das ist meine Katze, die ist rollig. Die sechselt so ein bisschen. Mell. So. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich diese Tür aufbekomme. Die muss denn denn von der anderen Seite aufgehen? Ich gehe mal nach draußen und versuche das mal von außen. Das müsste ja dann theoretisch auf dieser Seite des Gebäudes sein. Jetzt nochmal die Flinte ziehen. Zwischenspeichern. Tür aufmachen. Die wissen noch nicht, dass ich den ans Leder will. Aber deren Chef müsste hier unten jetzt irgendwo liegen. Glaube ich. Ähm... Ha. Hier geht's runter. Aha. Ja, bleibt ruhig, Jungs, bleibt ruhig. So. Vier Versuche über. Was haben wir denn hier an Klammern, die wir rausklammern können? Ähm... Einer. Da ist der zweite. Da ist noch einer. Ähm... Ja, für die, die es noch nicht wissen, wenn man eine in sich geschlossene Klammer findet, wo ich jetzt keine mehr von finde, aber eben sowas hier unten, das wäre eine in sich geschlossene Klammer, wo kein Wort dazwischen steht, sondern nur Sonderzeichen. Damit lassen sich dann nämlich die falschen Passwörter entfernen, das vereinfacht das Hacken, das vereinfacht das Hacken ungemein. Ich finde jetzt hier keine weitere in sich geschlossene Klammer. Also müssen wir, also müssen wir, also müssen wir, also müssen wir es mal versuchen. Zwei von sieben. Es kann zum Beispiel nichts hinten sein mit Ting. Also der fällt weg, der fällt weg. Hm... Was hatte ich denn? Letting. Das wären drei. Das ist auch nichts. Das wäre einer, der richtig ist. Das... Das ist wieder einer mit Ting auf Ende. Hm... Das könnte er sein. Das sind schon mal drei. Mhm. Versuchen wir es mal mit diesem. Ah, der war's. Gut, System startet. Admin-Anmeldung. Camboard eingeben. Zack, zack. So. Viel Spaß, Jungs. Gut gemacht, wir treffen uns vorne. Na, dann mal los. Gute Arbeit. Wir treffen uns vorne. Ich hab da was. Jetzt wird hier erstmal aufgeräumt. Gut gemacht. Hier, nehmen Sie die Maske. Sie schützt Sie vor den Wilden. Aber halten Sie Abstand, sonst werden Sie gewittert. Setzen Sie sie auf jeden Fall auf. Okay. Ghoule-Maske. Ähm... Da ist die Ghoule-Maske. Wie sehe ich denn jetzt aus? Ach du Schreck, das ist ja herrlich. Einmal... Nein. Einmal Zwischenspeichern. Ja. 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 Und sowas nicht. Ja, dann mal hoch mit euch. Jetzt haben wir eine Ghoul-Maske, die uns hilft, nicht von Ghoulen erkannt zu werden. Hier ist ja alles ziemlich kaputt. Na, warum habe ich das Ding jetzt nicht aufgekriegt? Schön hier, so gemütlich. Nein, da ist keiner. Das ist doch herrlich, so was. Schlüssel für das Material. Wer liegt denn hier hinten noch tot an der Gegend? Achso. Inventar-Schlüssel, den nehmen wir mit. Wir kriegen hier alles auf. Ich kriege es aufgeschlossen, aber ich komme nicht an den Loot ran. Das ist ja mal merkwürdig. Vielleicht erst, wenn dieses Ereignis hier abgeschlossen ist. Gibt es hier noch mehr? So. 10 mm Pistole, sehr schön. Wir gehen jetzt hier lang, jetzt nach oben, jetzt geht nach oben. Hier sind die Tempenis-Juten. 20 mm Pistole, das ist doch so. Oh, oh, oh. mehr von unseren lieblings freaks den super mutanten gesichtet wurden ich gehe jede wette ein das ohne und kornkornmini wunderbar mini atombombe auch gern genommen wir haben eine verbessertes diagramm warum wir denn ein verbessertes diagramm quantum munition daten da haben wir es notizen v2 10 8 jedes mal wenn man eine findet das ist die sache mit dem androiden kann ich gerade auch nicht hören weil das radio im hintergrund so plärrt das schalten wir erstmal ab das ist die sache mit dem herrn das ist die sache mit dem herrn das ist die sache mit dem herrn wenn sie eine ahnung haben Ich habe verstanden, habe ich jetzt gerade selber nur die Hilfe von dem, was sie da gelabert hat. Das packen wir ein und dann können wir jetzt wieder, beziehungsweise wir müssen reparieren, damit wir etwas weniger Gewicht mit uns rumtragen. So, wer bist du? Ach, du bist das. Ist hier noch wer drin gewesen? Nein. Ja, das ist die Zombie-Apokalypse mal auf der anderen Seite. Das nehmen wir auch mit. Du da, geh mal aus dem Weg. Ist hier keiner mehr drin? Keiner da? Du wolltest weggehen, komm. Mach dich mal vom Acker, genau. Ist hier auch keiner mehr? Da ist jemanden. Da ist sie, da ist jemanden. Die jetzt auf dem Klo erwischt, wie es scheint. Wir schlafen mal eine Runde. So, und dann geht das erstmal wieder raus hier. Einmal zwischenspeichern, nicht, dass die uns jetzt gleich wittern und dann war es das. Ne, von hier bin ich gekommen. Oder bin ich von hier gekommen? Ich weiß es nicht. Fahren wir doch mal ganz nach oben mit dem Fahrstuhl. Was ist das? Okay, vorübergehend nicht zugänglich. Das heißt, hier läuft noch ein Event. Ein Event. Hier ist doch ein Computer. Was sagt der uns denn? Ach, das war der, genau. Sheng, wo bist du? Bist du bestimmt schon tot. Oder haben wir nicht unten schon gesehen? Weiß ich nicht. Tür öffnen. Hier geht es nach Tenpenny hin. Und dann geht es nach Tenpenny hin. Alles in der Lust? Das war